Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinen Add-ons 2022, die ich persönlich benutze. Viele von euch haben jetzt in der Vergangenheit des Öfteren mal wieder gefragt, was ich denn für Add-ons benutze. Und auf diese Frage gehe ich heute ein. Es ist eigentlich wirklich nichts besonderes, aber ich zeige es trotzdem gerne nochmal. Und da fangen wir auch schon direkt an und zwar haben wir hier am Anfang AAP, das ist Azeroth Autopilot oder Autopilot. Das ist ein sehr sehr gutes Speed-Leveling-Add-on für Shadowlands. Kann ich euch nur empfehlen zu verwenden, wenn ihr am Leveln seid. Ich persönlich habe es jetzt natürlich nicht an auf meinen Magier, weil ich aktuell Max-Level bin und nicht levele. Aber vor allem zu Dragonflight wird es höchstwahrscheinlich wieder weiterentwickelt werden und dann wird man wahrscheinlich auch schon eine sehr sehr gute Route da drin haben, die man folgen kann. Damit man möglichst schnell dann auf 70 hochlevelt. Dann haben wir das erste Add-on hier, Advanced Interface Options. Und dieses Add-on bringt hier alte Sachen mit rein, die damals abgeschafft worden sind. Wie zum Beispiel, dass ihr Titel der Spieler anzeigen lassen könnt oder nicht in der Spielumgebung. Gildennamen, Gildentitel und und und. Das ist alles relativ uninteressant eigentlich. Man kann hier auch die Max-Kamera-Entfernung noch nebenbei auf 2,6 statt wie standardmäßig nur 1,9 einstellen. Da gibt es zwar auch andere Add-ons für, aber das Add-on hat das halt auch. Dann hier noch ein bisschen was im Chat, das ist relativ uninteressant. Was hier hingegen schon ein bisschen interessanter ist, ist die Latenztoleranz. Das ist standardmäßig auf 400, früher zu Legion-Zeiten waren die, glaube ich, standardmäßig auf 250 oder 200. Und ich habe es auch wieder zurückgestellt auf die Legion-Zeit von 200, weil 400 ist zum Beispiel für einen Fire Mage meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam. Und dementsprechend habe ich hier 200 reingemacht. Ganz, ganz wichtig, ihr solltet es nicht setzen auf euren Ingame-Ping. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier 51, da könnte man vielleicht auch darüber reden, dass man es auf 100 setzt. Würde ich euch aber nicht empfehlen, weil es schon so standardmäßig halt 400 drinne vom Blizzard-Client. Es ist ein bisschen kompliziert alles, aber ich zum Beispiel habe hier 200 drinne. Jeder sollte für sich selbst entscheiden, was er hier nimmt. Auch wenn er mit 400 spielt, ist vollkommen okay. Aber ich persönlich habe mich an 200 gewöhnt und es ist einfach so eine persönliche Sache auch, wenn er jetzt niedriger geht, dann heißt es nicht, dass ihr plötzlich schneller Tasten drücken könnt und mehr Damage macht. Aber manchmal kann man auch so einen Lock sehen, hat man so kleine Lücken, vor allem wenn man auch einen erhöhten Ping hat, kann es zu Lücken kommen. Und dann vor allem auch mit viel Tempo kann es zu Lücken kommen. Ist ein kompliziertes Thema, aber ja, ich empfehle so 200, 250 und dann ist gut. Aber ihr könnt auch locker mit 400 spielen. Deswegen habe ich eigentlich hauptsächlich dieses Set-On, damit ich hier die Latenztoleranz einstellen kann. Dann haben wir den schwebenden Kampftext. Moment mal, ich gehe mal kurz hier weg. Hier geht es gerade wieder ab mit Chaos-Blitzen. Der übt seine Zerstörungshexenmeister-Rotation. Und ja, hier sehen wir einfach den schwebenden Kampftext. Der wurde auch entfernt damals. Und ja, hier könnt ihr auch sowas einstellen wie World Text Scale. Einfach, ja zum Beispiel die Damage-Zahlen sind dann größer, umso höher ihr das hier einstellt. Ihr seht, standardmäßig ist es auf 1,0. Ich habe es ein bisschen höher gemacht, auf 1,5. Und dann sind auch dementsprechend die, ja steht ja auch da, World Damage, Numbers größer, Erfahrungspunkte sind größer, Artefaktmacht ist größer. Aber das ist ja eh schon veraltet. Und ja, alles ist ein bisschen größer. Dann gibt es hier noch Nameplate-Einstellungen. Das ist eigentlich relativ uninteressant, habe ich nicht viel geändert. Und dann gibt es noch den CVR-Browser. Und hier könnt ihr wirklich sehr, sehr viele Dinge verändern. Ihr seht, ich habe hier ein paar rote Zahlen. Und da, wo es rot ist bei mir, da habe ich quasi Sachen verstellt oder Add-ons haben da Sachen verstellt. Hier seht ihr auch immer den Standardwert von den jeweiligen Teilen. Und ja, da könnt ihr auch sehr, sehr viele Dinge auf jeden Fall einstellen. Also overall muss ich sagen, Advanced Interface Options, ein sehr interessantes und nützliches Add-on. Vor allem um die Latenztoleranz einzustellen. Der Rest ist einfach so, ja, nebenbei, nice to have, kann man noch ein bisschen mehr einstellen. Das nächste Add-on ist dann All the Things. Das habe ich derzeit auch deaktiviert. Das ist einfach nur für Erfolgsfäger, die alles mögliche, ja, einsammeln wollen, tracken wollen. Transmog, wie viele Shirts habe ich gesammelt, Umhänge und, und, und. Da könnt ihr euch alles anzeigen. Und wo ihr die bekommt, ob ihr alle Quests schon abgeschlossen habt auf euren Charakter oder nicht. Was euch noch fehlt und, und, und. Also einfach, man kann overall zusammenfassend sagen, ein Erfolgsjäger-Add-on, beziehungsweise Sammler-Add-on. Angry Assignments ist eigentlich ein altes Add-on, was man mittlerweile nicht mehr benutzt, gefühlt. Weil es quasi ersetzt wurde von Method-Rate-Tools. Und das kann ich eigentlich nicht löschen, ist eigentlich relativ uninteressant und ist, äh, ja, ein Schmutz-Add-on habe ich schon ewig nicht mehr angemacht. Angry Keystones ist einfach ein mythisches Schluss-Add-on, das benutze ich eigentlich auch nicht. Ich lasse einfach das Standardmäßige anzeigen. Und, ähm, ja, das zeigt einfach alles ein bisschen moderner und cleaner vielleicht an. Oder halt auch nicht. Und, äh, ja, einfach ein M-Plus-Timer-Add-on sozusagen. Aber da gibt es mittlerweile eigentlich auch schon bessere Sachen. Dann haben wir hier Big Debuffs. Das benutze ich eigentlich nur für Arena. Und, äh, ansonsten habe ich das eigentlich immer ausgeschaltet. Erhöht einfach die Größe von Crowd-Control-Effekten, äh, in den Blizzard-Rate-Frames. Also, zum Beispiel hier drinnen sieht man dann die Dauer von Nieren-Heap. Also ist eigentlich nur so ein, äh, M-Plus, beziehungsweise auch PvP-Arena-Add-on. Ich benutze es nur, wenn ich Arena spiele oder auch gar nicht. Nächstes Add-on ist dann Big Wix. Big Wix ist einfach das, ähm, Raid-Add-on sozusagen. Das hat alle möglichen Timer für die Bosse. So, und wenn ihr hier mal reingeht in die Einstellungen, Slash-BW, damit ruft ihr die auf. Dann könnt ihr hier zum Beispiel bei den, ähm, Raid reingehen. Mausendem der erste ist der aktuelle Raid. Und dann könnt ihr zum Beispiel, ja, sagen wir, bei Andoen könnt ihr euch jedes Mal runterzählen lassen. Zum Beispiel, wenn ihr hier dann draufklickt. Oder es euch explizit hervorheben mit dem Countdown noch. Dann zählt ihr jedes Mal runter. Und dann wisst ihr genau, wann die Fähigkeit kommt. Und also auch schon ein sehr wichtiges Add-on, wenn man Raiden gehen will. Und da hat man einfach alle möglichen Timer für die aktuellen Raids zu den Bossen. Sehr, sehr wichtig und richtig. Das wird man natürlich auch immer updaten, dann regelmäßig, wenn ein neuer Raid rauskommt. Aber, ähm, ja, kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir hier Capping. Das sind einfach Battleground-Timers. Äh, zum Beispiel, wann ihr eine Flagge einnehmt im Arati-Becken, wird genau angezeigt. Und, ähm, ja, das habe ich natürlich derzeit auch deaktiviert. Benutze ich eigentlich nur, wenn ich wirklich aktiv viele, äh, BGs laufe. Und das ist aktuell nicht der Fall, dann dementsprechend sind die deaktiviert. Das sind einfach Timer für PvP. Covenant Mission Helper ist ein sehr gutes Add-on eigentlich. Denn damit könnt ihr einfach auch die Missionen ein bisschen entspannter letztendlich auch starten. Äh, in Shadowlands. Und das zeigt euch auch, glaube ich, an, ob ihr jetzt gewinnt oder nicht. Also relativ nützlich dieses Add-on für diese Missionen. Aber ich glaube, Missionen werden ja in Dragonflight abgeschafft. Und dementsprechend kann man das dann wahrscheinlich auch wiederum löschen. Decursive ist mein Entfluchen-Add-on. Ja, ich als Magier kann ja entfluchen. Und hier, das ist Decursive. Wenn ich jetzt hier linksklick draufklicke, dann entfluche ich mich selber. Wenn ich jetzt in der Fünfergruppe bin, dann kommen hier noch vier Kästchen dazu. Und, ähm, ja, dann sehe ich auch, wer einen Debuff hat. Und dann klicke ich einfach mit linksklick drauf. Und dann wird der entflucht. Ähm, relativ nützliches Add-on auf jeden Fall, wie ich finde. Gibt vielleicht bessere, aber ich persönlich nutze das zum Entfluchen. Und das ist vollkommen ausreichend. Deja Micro Fader ist, wenn ich hier unten rechts hingehe, ihr seht's mit der Maus, dann verschwindet diese Leiste hier oder halt nicht. Also, wenn ich mit der Maus weg bin, dann verschwindet das. Wenn ich hingehe, dann ploppt es auf. Finde ich relativ nice, weil ich hab hier unten meine, ja, Damage-Meter und Heal-Meter. Und wenn das die ganze Zeit so, ähm, ja, gezeigt werden würde, wäre das ein bisschen hier im Weg. Und deswegen hab ich mir das installiert. Aber ich glaube, das ist auch veraltet. Und wird nicht mehr wirklich geupdatet. Vielleicht habt ihr da sogar einen besseren Add-on-Tipp, der das auch kann und vielleicht auch aktuell noch geupdatet wird. Wäre ganz nice eigentlich. Und dann geht's weiter zu Details, Damage-Meter. Das ist das aktuell beste, ähm, Damage-Meter in der Vergangenheit war es ja so, da gab's Skada, Re-Count und ich glaub noch irgendwas oder auch nicht. Ähm, aber ja, erst war's Re-Count, was man immer benutzt hat, dann Skada, glaub ich, zu Legion-Zeiten so rum. Und dann irgendwann kamen Details, Ende-Legion oder so, oder schon Mitte-Legion, keine Ahnung, oder sogar schon Anfang-Legion. Und, äh, ja, seitdem ist eigentlich Details das Way-to-Go, Damage- und Heal-Meter und alles halt, weil ihr könnt hier nicht nur Damage nachgucken, sondern auch sehr, sehr viele interessante Sachen, wie zum Beispiel, an was sind die Leute gestorben im Raid-Kampf, äh, wer hat wie oft was unterbrochen, kann man hier gucken, Heilung kann man hier gucken, Überheilung, auch interessant. Dann kann man hier auch detailliert immer draufklicken, was die zum Beispiel, ob die eine PI bekommen haben oder nicht. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Add-On, was ich nur jeden empfehlen kann. Ihr seht's aber, ich hab nur Details-Damage-Meter aktiviert. Es gibt auch noch Details-Encounter-Breakdown. Da könnt ihr auch Details-Treamer aktivieren. Da könnt ihr anzeigen lassen, was ihr am Casten seid, damit andere, die euch zuschauen, seht, was ihr macht. Ja, ihr könnt auch die anderen aktivieren. Ich persönlich hab nur das aktiviert und find's vollkommen okay. Und, ähm, ja, dann geht's weiter zu Easy-Frames. Easy-Frames ist ein Add-On, damit macht ihr eure, ja, eure Standard-Leiste einfach hübscher, wie ich finde. Und ihr könnt hier natürlich auch sehr, sehr viele Sachen einstellen. Ihr könnt, äh, ja, hier eigentlich alles Mögliche einstellen. Da könnt ihr euch einfach durchklicken. Und das Add-On hab ich erst seit kurzem, actually. Das hatte ich sonst nie. Das ist einfach ein besseres Unit-Frame, sozusagen. Dann geht's weiter zu Farm-Hart. Habe ich auch derzeit deaktiviert. Das ist einfach so ein Add-On. Damit könnt ihr relativ, äh, entspannt dann auch letztendlich Kräuter, Erze und Co. farmen. Falls ihr da mal hinterher seid, mach ich eigentlich gar nicht mehr aktuell. Und dementsprechend hab ich das auch permanent deaktiviert. Garrison Mission Manager war damals zu BFA-Zeiten und Legion-Zeiten das Add-On für die Missionen. Auch zu WOD schon. Habe ich auch mittlerweile deaktiviert, weil es nicht mehr funktioniert, glaube ich, bei den aktuellen Shadowlands-Missionen. Aber wenn man in alten Content unterwegs ist, dann kann man das anschalten. Und das dürfte immer noch einwandfrei funktionieren, tatsächlich. Gepha-Mate 2 ist auch wieder einfach so ein Add-On, was sich quasi merkt, wo ihr Erzekräuter und, und, und eingesammelt habt. Und euch das dann auf die Karte anzeigt, wo halt die ganzen Metz und Erze und Kräuter und so liegen. Also die Locations. Also auch wieder so ein Sammel-Add-On. Das macht man wahrscheinlich zusammen an mit Farm hat. Und dann kann man da richtig schön reingehen. Gladiator SA ist ein PvP-Sound-Alerter. Also ihr seht es ja, ich lese es einfach ab. Wenn ihr in der Arena spielt, ist es schon sehr hilfreich, wenn ihr neu in der Arena seid, euch dieses Add-On runterzuladen, weil dann lernt ihr auch die ganzen Begriffe auf Englisch. Und ihr merkt dann auch, wie ihr quasi Klassen killen könnt. Weil wenn ihr einfach sowas hört wie Bubble oder Divine Shield, ist ja Gottes Schild. Dann weiß man danach, aha, das ist jetzt erstmal raus für 5 Minuten. Und dann kann man eigentlich den Paladin töten, meistens. Und deswegen ist das einfach ein PvP-Sound-Alerter, damit ihr wisst, was abgeht. Ist vielleicht anfangs ein bisschen überwältigend, was man da alles hört. Man kann sich das da auch aber alles einstellen. Und der ja ist einfach ein Arena-Add-On letztendlich auch. Das gleiche gilt auch für Gladius. Arena Enemy Unit Frames sind einfach bessere, übersichtlicher, größere Arena Unit Frames im Vergleich zu den Standarddingern. Da sieht man auch direkt, ob die ein Schmuckstück, also das PvP-Trinket benutzt haben oder nicht. Also die beiden hier ganz klar Arena-Add-On. Die benutze ich nur in der Arena und ansonsten nicht. Crew Finder Flex sind einfach, da kann man relativ schnell erkennen, ob die Leute jetzt vom deutschen Surfer sind, englischen Surfer, französischen Surfer, russischen Surfer, weil man da einfach die Flaggen sieht. Benutze ich aktuell eigentlich auch nicht mehr, weil ich sehe das auch so. Aber ja, dieses Add-On macht es eigentlich leichter zu erkennen, ob jetzt die Leute von einem deutschen Surfer kommen, die sich im LFG-Tool bei euch anmelden oder nicht. Falls das für irgendjemanden von Relevanz ist, könnt ihr euch das natürlich auch gönnen. Handynodes ist auch ein sehr, sehr gutes Add-On, das man benutzt. Einfach auch für Cortia Rares zum Beispiel, kann ich das mal schnell zeigen. Wenn ich jetzt hier zu Zerrif Mortis auch gehe, das ist hier zum Beispiel alles Handynodes und Handynodes Shadowlands. Da sieht man genau, wo die ganzen seltenen Gegner droppen, beziehungsweise spawnen. Und was sie dann auch droppen, hier zum Beispiel, der droppt ein Mount. Das kenne ich aber schon, habe ich schon gelernt, ist schon getroppt. Und ja, also Handynodes sowieso ein sehr, sehr wichtiges Add-On. Auch immer, wenn neue Zonen eingeführt werden, dann wird es relativ schnell geupdatet und dann weiß man, wo die ganzen Rears sind, was abgeht. Und da stehen manchmal auch sehr, sehr wichtige und richtige Informationen dazu. Dann geht es weiter zu Leatrix Plus. Und ich habe sie auch hier oben, hier ist das Fenster, hier könnt ihr alles einstellen. Es sind einfach sehr, sehr nützliche Sachen, wie zum Beispiel automatisch verkaufen, automatisch reparieren. Wenn man dann in den Händler anklickt, dann, ja, verkauft er automatisch alle grauen Items, statt dass er die einzeln alle anklicken müsst. Und ich persönlich will immer direkt alle grauen Items verkaufen. Und ihr könnt ja auch noch natürlich Sachen einstellen. Dann könnt ihr ja noch automatisch die Quests annehmen, aber das hat eigentlich auch schon Azeroth Autopilot. Und ja, ihr merkt schon, viele, viele nützliche Sachen. Ihr könnt ja auch Duelle standardmäßig blockieren und, und, und. Und also sehr, sehr nice und zicke Sachen. Hier könnt ihr auch den Tooltip erweitern, ja. Das ist auch ganz nice. Ihr könnt auch hier Zeige-WOW-Headlinks anzeigen. Die werden mir zum Beispiel hier angezeigt, jetzt standardmäßig. Hier unten rechts, das ist quasi durch Leatrix Plus, kann man direkt auch Archivements hier rauskopieren und einfügen. Benutze ich tatsächlich relativ wenig, aber ist ein sehr nützliches Feature. Und ihr seht, ihr könnt ja alle möglichen wichtigen Dinge ausschalten. Hiermit habe ich zum Beispiel auch die Greifenpaare hier unten links und rechts sind ja so Greifenviecher an eurer Aktionsleiste standardmäßig. Und die kannst du hiermit auch einfach komplett entfernen. Musst dann kurz Reload Ui machen, aber dann sind sie weg. Und das Talking-Head-Frame, das, was immer aufkloppt, wenn ihr zu irgendeiner Weltquest fliegt, gibt es ja immer hier unten in der Mitte so ein riesiges Fenster, womit der Typ dann mit euch redet. Und ja, das habe ich auch komplett ausgestellt. Das ist eigentlich relativ nervig immer. Und damit kannst du das auch komplett ausblenden. Das ist auch sehr, sehr nice. Maximaler Zoom könnt ihr hier auch einstellen. Also damit ihr, soweit es geht, rauszoomen könnt. Soweit es halt geht. Also Overall Leatrix Plus. Mittlerweile eigentlich auch ein Pflicht-Add-On, weil man da einfach sehr, sehr viele nützliche, kleinere Dinge einschalten kann. Nächstes Add-On ist dann LibDocTech 3.0 und Unit 3.0. Die gehören zusammen. Was das eigentlich nur macht oder warum ich mir das runtergeladen habe, ist, es zeigt die Kommastellen hinter Prozenten an. Also hier zum Beispiel, wie seht ihr es ja, 36, irgendwas. Standardmäßig ist es von Blizzard nämlich nicht drin, dass die Kommazahlen da angezeigt werden. Also 28,5 Prozent und, und, und. Es werden halt nur volle Zahlen, 26, 25 Prozent und so angezeigt. Und mit diesem Add-On konnte ich quasi endlich das einstellen, dass mir auch die Kommastellen angezeigt werden. Dafür musste ich aber auch Einstellungen vornehmen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich das aufrufe, dieses Add-On, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, okay, SlashDoc scheint es wohl zu sein. Ähm, hier wird euch so ein bisschen was erklärt zu diesem Spaß. Und das Ganze musste ich dann, ich musste mir hier irgendwelche Erklärungen durchlesen, glaube ich, damit ich das erstmal überhaupt verstanden habe. Und dann bin ich quasi in mein Nameplates-Add-On gegangen und musste hier irgendwo das dann dementsprechend eintragen. Also ein bisschen kompliziert, um das dann auch letztendlich hinzubekommen. Ähm, ich glaube, hier war es, ja. Hier habe ich das, glaube ich, eingestellt. Ähm, ja, hier gib SlashDocTag für Informationen zu Text ein. Genau, hier habe ich das eingestellt und seitdem habe ich da auf jeden Fall eine bessere Prozentanzeige. Eigentlich habe ich mir das nur geholt für Sylvanas Mythisch, damit ich genau sehen konnte, wie viel Damage konnte ich noch machen, bis die pusht. Weil meistens pushen die Bosse nicht bei vollen Zahlen, sondern manchmal auch bei 0,5 Prozentzahlen. Und deswegen ist es dafür ganz nützlich. Jetzt schon ein bisschen advanced. Aber, äh, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dieses Add-On, falls ihr da keine anderen Add-Ons zu findet. Äh, Lip Group Inspect und Lip Shared Media ist einfach für M Plus auch interessant. Falls ihr die CDs der anderen Spieler sehen wollt, dann könnt ihr das aktivieren. Das nächste Add-On ist dann Little Vix. Dazu haben mich auch schon sehr, sehr viele gefragt. Little Vix ist einfach der kleinere Bruder von Big Vix. Big Vix ist nur für die Raids. Und Little Vix ist halt für die Dungeons dann auch. Und Little Vix macht auch die ganze Zeit diese ganzen Sounds. Gibt euch auch Timer in M Plus Dungeons. Und ist eigentlich auch letztendlich sehr, sehr nützlich. Aber es gibt, glaube ich, dazu keine Einstellungen. Sondern das ist dann auch alles in Big Vix drin. Unter Dungeon-Bosse könnt ihr dann euch hier alles Mögliche einstellen. Und euch auch dann wieder persönliche Countdowns und so machen. Also Little Vix ist eigentlich Big Vix. Nur dass, wenn ihr dann Little Vix noch dazu runterladet, dann kommt hier die sparte Dungeon-Bosse dazu. Und dann könnt ihr damit auch alles einstellen. Und ja, sind einfach auch Timer für die ganzen Dungeon-Mechaniken und Bosse. Das nächste Add-On ist dann Method Raid Tools. Ist eigentlich mittlerweile Pflicht. Weil es geht hier eigentlich meistens um diese Notiz. Und es ist meistens so, dass hier euer Raid Leader dann eine Notiz sendet an den Raid. Und dann seht ihr die Notiz und dann stehen da manchmal zum Beispiel wichtige Sachen drin. Wie zum Beispiel hier Back-Up bin ich zum Beispiel eingeteilt, dass ich da noch reagiere dann. Und zur Not bei Mechaniken einspringe. Jetzt nur als Beispiel. Also für Raider interessant. Alternativ hat aber auch dieses Add-On noch viele andere wichtige Sachen. Hier könnt ihr euch auch die ganzen CDs anzeigen lassen. Könnt ihr euch hier alles Mögliche anzeigen lassen. Ich zum Beispiel lasse mir hier PI anzeigen. Falls ich mir mal PI callen möchte, dann kann ich das damit machen. Ihr könnt euch hier alles Mögliche einstellen. Also auch ein sehr, sehr wichtiges Tool für Raid Leader. Weil man hier vielleicht die ganzen wichtigen Raid CDs sehen will. Wie zum Beispiel Ansponnender Schrei. Man will es wahrscheinlich hier und da bei den richtigen Momenten benutzen im Kampf. Und dann sagst du an, sogar noch vielleicht mit Name, wenn der Typ das nicht checkt, dass er noch den Spell verfügbar hat. Und auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiges Raid Leader Tool. Dann könnt ihr auch den kompletten Raid stalken mit diesen Add-On. Ob die Leute hier zum Beispiel auf den Ringen was verzaubert haben. Ob sie Waffenverzauberung haben. Ob sie alles gesockelt haben. Also das ist ein bisschen Stalker-Add-On. Dann kann man hier anscheinend auch die Talente und 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 stalken. Also wirklich ein sehr, sehr sickes Add-On. Dann kann man hier auch den Raid überprüfen. Ob die alle Buff-Food drin haben. Ob die alle Fläschchen drin haben. Runen drin haben. Man kann auch prüfen, ob alle gepottet haben oder nicht. Boss-Statistiken gibt es ja auch noch. Kann man stalken. Zum Beispiel. Ja, wie oft bin ich an Sylvanas mythisch gescheitert. Und hier sieht man Puls. 347 Mal bin ich daran gescheitert. Und 14 Mal habe ich die Sylvanas gekillt. Dann das nächste Add-On ist Move Anything. Damit könnt ihr alles mögliche verschieben. Dazu geht er hier rein. Aber Vorsicht. Das Add-On ist teilweise sehr verbuggt. Und würde ich euch vielleicht nicht empfehlen. Da hatte ich auch schon sehr viele Probleme mit. Aber es geht, wenn man es alles richtig einstellt. Und ein bisschen vorsichtig ist. Aber man kann sich da auch ganz schnell sein Interface zerschießen mit. Dementsprechend empfehle ich euch das eher nicht. Da gibt es sicherlich bessere Alternativen. Aber falls ihr irgendwie irgendwas verschieben wollt. Und es nicht geht. Dann versucht es eventuell mit diesen Add-On. Mythic Dungeon Tools kennt glaube ich jeder. Ist einfach. Ja, sind einfach die M-Plus Routen. Ist eigentlich ein Pflicht-Add-On. Wenn man M-Plus spielt. Und hier und da mal Routen bauen will. Oder einfach importieren will. Damit man weiß was los ist. Hier kann man sich auch die ganzen Dungeons angucken. Man kann jeden Mob Rechtsklick drauf machen. Und dann kann man alles lernen. Was die können. Was das Gefährliche ist. Mittlerweile sieht man sogar. Ob das unterbrechbar ist oder nicht. Also damit kann man einfach komplett die ganzen M-Plus Dungeons. Auswendig lernen und studieren. Und falls irgendwas unklar ist. Nochmal reingucken. Was die Fähigkeiten genau machen. Und ja auf jeden Fall einen Pflicht-Add-On. Für Schlussspieler Mythic Dungeon Tools. NPC-Scan ist einfach rare Mobs. Die in eurer Umgebung sind. Die werden euch dann angezeigt. Und ihr werdet alarmiert. Also einfach so ein Rare-Add-On. Omnibar ist auch für PvP wieder ganz nice. Da siehst du genau die Abklingzeit. Wenn ein gegnerischer Paladin zum Beispiel in der Arena sein Gottesschild benutzt hat. Dann kann man sich anzeigen lassen. Dass es dann noch 5 Minuten Abklingzeit hat. Und ihr das die ganze Zeit seht im Bildschirm. Wann denn jetzt wieder Gottesschild ready wird. Also auf jeden Fall auch ein Pflicht-Add-On. Falls ihr wirklich auch ein bisschen höher Arena spielen wollt. Um genau zu sehen. Wann kommen die CDs der Gegner wieder ready. Haben die jetzt alles raus. Kann ich reingehen. Kann ich jemanden töten. Weil meistens so, wenn die alle ihre krassen Cooldowns, Death-CDs draußen haben. Dann könnt ihr die meistens töten. Ja auf jeden Fall ein Pflicht-Add-On für PvP-Spieler. Omni-CC ist einfach ein hübscher machendes Add-On. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel in Machtverschiebung drücke. Dann haben wir hier diese gelbe Zahl. Und das ist eigentlich auch schon Omni-CC. Das ist so eine schöne große gelbe Zahl. Das sieht man auch hier unten. Einmal hier unten. Und auch auf meinen Weak-Auras wird das angezeigt. Und ich finde es einfach besser. Diese gelbe Zahl. Man sieht es einfach besser. So Porn ist mittlerweile eigentlich ein veraltetes Add-On. Kann man vielleicht noch benutzen. Aber du musst wirklich jedes Mal deinen Charakter damit simulieren. Um zu wissen, ob das jetzt ein Upgrade ist oder nicht. Also ich würde euch das nicht empfehlen mehr. Das Add-On kann ich eigentlich löschen. Weil man sollte einfach simulieren auf der Seite Raid-Bots. Und dann mit dem arbeiten. Und nicht mit dem Add-On. Das Add-On ist sehr generell gehalten. Grundliegend ist das wohl korrekt. Einigermaßen bei jeder Klasse. Aber wenn man jetzt wirklich in die Tiefe gehen will. Ist das nicht mehr korrekt. Und dementsprechend nicht zu empfehlen. Prat 3.0 ist ein Chat-Add-On. Habe ich mittlerweile eigentlich auch nur noch deaktiviert. Aber damit macht ihr euch den Chat ein bisschen besser. Übersichtlicher. Und könnt glaube ich auch viele Sachen da wegbannen mit. Aber benutze ich aktuell auch gar nicht. Pre-Made Groups Filter ist ein sehr sehr wichtiges Add-On. Damit könnt ihr bei organisierten Gruppen einfach Sachen schneller finden. Beziehungsweise bei Dungeons habe ich das immer aktiviert. Ihr müsst es hier oben aktivieren. So aktiviert ihr das. Und hier könnt ihr dann einstellen. Zum Beispiel ich finde das sehr sehr gut. Ich suche meistens Mythos-Dungeons. Und dann gebe ich ein, dass die Gruppe nur maximal vier Gruppenmitglieder haben soll. Und nur maximal zwei DDs. Damit ich quasi nur Gruppen sehe, die wirklich auch noch ein DD suchen. Und wo auch wirklich noch ein Platz frei ist. Und damit findest du dann letztendlich auch schneller Gruppen. Statt wenn du es ohne diesen machst. Dann dauert das alles ein bisschen länger. Weil du alles siehst. Wo zum Teil dann auch schon drei DDs drin sind. Und das interessiert mich ja nicht. Wo drei DDs drin sind, da kann ich nicht mal reinkommen. Und dementsprechend würde ich nur Gruppen sehen. Wo wirklich noch ein DD-Slot frei ist. Und ja, wo nur wirklich max auch vier drin sind. Und ja, sehr sehr gutes Add-On, um schneller Gruppen zu finden. Im M-Plus-Bereich, aber auch im Raid-Bereich. Wobei ich es da nicht benutze. Ich benutze es eigentlich nur im Dungeon-Segment. Und ja, dafür ist es wirklich Gold wert, dieses Add-On. Und das Gute ist, habe ich noch vergessen. Man sieht sogar, welche Klassen da schon drin sind. Hier zum Beispiel sieht man, da ist ein Vergelter-Parler. Ein Blutdotes-Ritter und ein Heilig-Schamane drin. Manchmal würde es sich vielleicht auch gar nicht anmelden, wo schon ein Magier drin ist. Und das hilft auf jeden Fall auch ungemein. Und deswegen ist das Add-On wirklich Gold wert. Primate Grupps-Filter kann ich nur empfehlen. Quarz ist mein Cast-Add-On. Das sieht ja so aus. Ihr seht es hier. Das ist Quarz quasi. Das ist einfach meine Cast-Bar. Die habe ich natürlich manuell eingestellt. Könnt ihr hier alles einstellen. Quarz 3 heißt das. Und hier könnt ihr dann richtig reingehen und alles mögliche einstellen. Ich habe natürlich nicht die Standard-Einstellung drin. Ich habe es so eingestellt, wie es mir am besten gefällt. Ja, muss jeder für sich selbst dann letztendlich auch einstellen, wie es halt einem gefällt. Falls man sich Quarz runterladen möchte. Falls man will, dass seine Cast-Bar so schön aussieht. Nächstes Add-On ist dann Raid.io. Wir alle kennen es. Raid.io ist eigentlich Pflicht. Damit seht ihr den Mythic-Plus-Score. Raid-Progress seht ihr. Und, und, und. Und ich habe natürlich nur das aktiviert, was mich interessiert. Und zwar EU-Horde und EU-Horde. Wobei mittlerweile, das ist ja fraktionsübergreifend. Da kann man jetzt natürlich auch EU-Allianz anschalten. Das habe ich noch nicht gemacht. Actually. Kann ich das gleich mal machen. Aber ja, Raid.io kennt ihr glaube ich alle. Ist einfach hier unten rechts. Seht ihr die Wertung besser. Sieht man halt bei den Spielern, was sie so gemacht haben. Im Prinzip ein Zeugnis quasi der Leistung der Spieler. Sieht man da immer relativ schnell. Man sieht auch, was sie dann gecleared haben. Wenn man dann hier Raid aktiviert hat. Das nächste Add-On ist dann Rare-Scanner. Rare-Scanner ist eigentlich das gleiche wie NPC-Scan. Und zeigt euch einfach an, wo Rares sind oder Schätze sind. Sogar noch mit dem Ton dazu. Ist glaube ich mittlerweile vielleicht sogar besser als NPC-Scan. Ist quasi der Nachfolger auch so ein bisschen von NPC-Scan. Und ja, dafür ganz gut. Rarity ist einfach auch wieder ein Rare-Trop-Add-On. Also da sieht man teilweise auch die Chance. Wie hoch halt die Chance ist, dass ihr einen Mount bekommt. Man sieht auch teilweise, wie hoch die Chance überhaupt ist. Also Drop-Rate generell. 1 zu 3333 Chancen sind glaube ich zum Beispiel diese MOP-World-Boss-Mounts. Ja, also eigentlich nur so für Mount und Sammler gedacht, dieses Add-On. Wenn man Mounts aktiv sammelt, dann ist dieses Add-On schon ganz nice. Eine kleine Spielerei, kann man ein bisschen gucken. Okay, wie oft habe ich jetzt schon versucht, den LK zu töten. Und wie oft ist immer nicht getroppt. Und dann kann man da quasi sehen, ob man schon glücklich noch ist. Oder ob man schon unglücklich ist, wenn ewig ein Mount nicht droppt. Dann zeigt er irgendwann an, unglücklich. Und das heißt dann einfach, ja, ihr habt halt kein Glück. Ihr seid mittlerweile schon unglücklich. Mittlerweile sollte es eigentlich schon getroppt sein. RC-Loot-Counsel ist eigentlich nur für Raider interessant. Falls man halt ein Loot-Counsel hat, da muss man dann angeben, ob man ein Item haben will oder nicht. Kann man den Raid-Leader da mitteilen. Willst du es haben? Noch eine Notiz reinschreiben vielleicht. Und ja, generell einfach für Raider. Ja, Rematch ist ein Pet-Battle-Add-On, also nur für Pet-Battle gedacht. Aber falls ihr wirklich erfolgsfähiger seid und gerade Pet-Battle-Erfolge macht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall dieses Add-On. Damit könnt ihr Teams von Battle-Pets abspeichern. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und ja, nächstes Add-On ist Routes. Routes ist eigentlich auch nur ein Add-On, wenn man irgendwas farmen will, wie zum Beispiel Kräuter und Erze. Damit kann man sich dann Routen anzeigen lassen. Oder damit werden automatisch Routen erstellt, die man dann abfliegt. Silver Dragon ist eigentlich das gleiche wie Rare-Scanner und NPC-Scan. Angeblich kann man hier sogar anscheinend wohl die Range extenden. Das ist natürlich ganz nice. Also ja, Silver Dragon, Rare-Scanner und NPC-Scan machen eigentlich alles das gleiche. Ich habe alle drei drauf, weil es da glaube ich mal ein bisschen Unterschiede gab und Probleme bei den manchen. Ich weiß aber nicht mehr genau was und ja, aktuell habe ich die eigentlich eh immer deaktiviert. Simulation Craft ist das Add-On, was ihr braucht, wenn ihr euren Charakter simulieren wollt. Damit schreibt ihr einfach rein, slash simc in den Chat, dann wird das direkt schon alles markiert. Alles, was ihr tun müsst, ist strg plus c, um das rauszukopieren. Und dann könnt ihr es quasi hier in den Chat einfügen. Natürlich nicht in den Chat, sondern auf der Internetseite raidbots.com. Und ja, dann simuliert ihr damit euren Charakter. Was das einfach nur macht, ist, dass es all eure Daten exportiert. Also ich bin zum Beispiel ein Troll, ich bin ein Magier. Was für Berufe ich habe, was für Talente ich drin habe und was für Items ich angelegt habe und was ich noch im Inventar habe. Damit die Simulation halt mit was arbeiten kann. Ist ja logisch. Also auf jeden Fall ein Pflicht-Add-On, falls ihr auch einen Charakter simulieren wollt. Äh, Threadplates ist mein Namensplaketten-Add-On. Höre ich auch oft die Frage, ja, Threadplates ist halt mein Namensplaketten-Add-On. Es gibt aber auch ein anderes Add-On, das nennt sich Plater. Ich würde sagen, ich würde sagen, Plater ist wahrscheinlich sogar das bessere Namensplaketten-Add-On. Aber ich finde das hier eigentlich ganz nice, weil zum Beispiel hier gibt es nette Widgets. Zum Beispiel Quest-Widget, den finde ich wirklich sehr, sehr, sehr nice. Zum Beispiel auch dann zu Dragonflight interessant. Da wird dann über der Namensplakette angezeigt, ob ihr diesen Mob braucht für eure Quest oder nicht. Mit so einem Quest-Symbol halt. Und, ähm, ja, ich finde das sehr, sehr nice, das Namensplaketten-Add-On. Aber ihr könnt ja eigentlich alles perfekt einstellen. Und, äh, ja, dementsprechend, das ist halt mein Namensplaketten-Add-On, was ich verwende persönlich. Und, äh, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ihr könnt euch da halt alles Mögliche einstellen, dann, wo ich gerade drin war. Tomcats-Tours ist, ähm, ein Add-On, was harmoniert in Kombination mit Handynotes und Handynotes Shadowlands. Also, falls ihr Handynotes und Handynotes Shadowlands runtergeladen habt, empfiehlt es sich vielleicht auch nochmal Tomcats-Tours runterzuladen, damit man einfach die Sachen auch noch besser sieht auf der Karte. Äh, TomTom ist einfach Koordinaten. Ja, ihr seht zum Beispiel hier oben links, das ist TomTom, sind meine Spieler-Koordinaten, wo ich mich gerade befinde. Und hier oben rechts sind die Koordinaten dann auf der Karte, wo ich mit der Maus gerade bin. Und es ist einfach nur, äh, Koordinaten-Add-On sozusagen. Warfront-Rare-Tracker ist alt, äh, hat man damals gebraucht für, äh, BFA-Kriegsfronten halt. Da konnte man sehen, was die Rears so droppen, Spielzeuge, Mounts, hab ich die schon oder nicht? War einfach eine gute Übersicht. Und zu guter Letzt, eigentlich schon fast am Ende angekommen, ist hier Wiegauras. Wiegauras sind einfach mittlerweile auch Pflicht. Ist ein krasses Schummel-Add-On, wird sehr kritisch von vielen gesehen. Damit kann man sich alles Mögliche anzeigen lassen in der Mitte des Bildschirms. Ob es jetzt Boss-Mechaniken sind oder einfach deine komplette Klassen-Rotation sozusagen. Ähm, sehr, sehr wichtiges Add-On. Und mittlerweile ist es auch ziemlich leicht, einfach hier seinen eigenen Auron zu erstellen. Ähm, und ja, dazu gibt es da noch die Seite Vago.io. Äh, wenn ihr auf diese Seite geht, dann könnt ihr wirklich auch sehr, sehr viele gute Wiegauras euch runterladen. Wie zum Beispiel Tazavesh, Trading Game Helper oder diese Konsole. Das habe ich alles von der Seite Vago.io einfach runtergeladen. Das ist quasi die Wiegauras-Seite, die ihr immer auch besuchen solltet, falls ihr irgendwas sucht. Und dann könnt ihr das hier einfach dann easy importieren von der Seite und dann hier rein und dann abfahrt. Also Wiegauras auch wirklich ein Pflicht-Add-On mittlerweile. Äh, WIM ist einfach ein Whisper-Add-On, damit man sieht, mit wem man chattet und es ist einfach übersichtlicher. Dann kannst du hier gucken, wer dich angeflüstert hat oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf ihn flüstern mache, dann sieht man das hier. Und dann ist er hier auch schon drin. Ich schreibe ihnen jetzt natürlich nichts, aber, ähm, ja, da sieht man einfach alles übersichtlicher, was Flüster-Nachrichten betrifft. Und kann direkt mit den jeweiligen Personen persönlich schreiben. Äh, World-Quests-List, auch ein sehr, sehr neises Add-On. Zeigt einfach die World-Quests viel übersichtlicher, meiner Meinung nach, an. Äh, wie zum Beispiel hier rechts ist das World-Quests-List, das Add-On. Hier könnt ihr euch auch anzeigen lassen oder filtern sogar, was ihr halt sehen wollt. Wollt ihr alles sehen oder wollt ihr nur spezielle Sachen sehen, könnt ihr euch hier alles einstellen. Ihr könnt auch hier diese Ui-Skalierung natürlich kleiner machen. Ich hab sie zum Beispiel auf 110 oder 100%, keine Ahnung. Äh, ist vielleicht standardmäßig ein bisschen groß, könnt ihr hier aber alles, äh, kleiner machen. Und, äh, ja, wirklich, wirklich ein sehr, sehr sickes World-Quests-Add-On. Eigentlich das Beste, was es gibt, meiner Meinung nach. Äh, Serif Mortis Puzzle Helper hab ich auch noch drin, aber deaktiviert benutze ich gar nicht mehr. Fliegt auch wieder eigentlich dann raus, wenn man mit Serif Mortis fertig ist in 9.2, wenn man dann zu Dragonflight geht, ist das eigentlich unnötig. Das Add-On kann man wieder löschen. Äh, Paragon Reputation ist ein Add-On. Und da seht ihr quasi dann die Rufpunkte, die ihr über 10.000 hinaus noch schafft. Also es wird ja hier so angezeigt, dass man nur 10.000 Ruf maximal da bekommt. Und vielleicht hat der ein oder andere Sorge dann, wenn man über 10.000 Ruf noch weiter Ruf bei der Faktion macht, dass es dann keinen Ruf mehr gibt. Aber das ist nicht ganz korrekt. Es gibt noch Ruf auch über 10.000 hinaus und zwar, ich glaub, bis 19.999 könnt ihr sogar Ruf farmen. Ja, dementsprechend dafür ist das Add-On gut. Und zu guter Letzt, Deja Character Stats, äh, Big Dump Loot Council ist eigentlich Schrott. Nehmt einfach RC Loot Council, ist das Bessere. Ist halt auch wieder so ein Raid Loot Council. Und, äh, ja, Deja Character Stats zeigt einfach eure Werte cooler und besser an. Zeigt auch das Item Level hier direkt aufs Item an, ohne dass ihr immer drauf hovern müsst. Seht das direkt so. Und die, hier könnt ihr auch euch noch einstellen, ob ihr noch andere Sachen anzeigen lassen wollt. Wie zum Beispiel, äh, ja, zum Beispiel PvP-Wertung oder so ein Shit, aber das ist so unnötig. Ähm, wobei das bei mir hier angezeigt wird, ich weiß gar nicht warum. Ich glaub, das ist wieder ein bisschen verbuggt gewesen. Ähm, ja, also, wenn ich das hier zum Beispiel alles nicht angezeigt haben will, einfach alles weghaken. Und dann ist es so gut wie weg. Ja, das müssen wir noch wegmachen. Und jetzt ist es weg, aber auch Conquest. Like, what the fuck, wieso wird mir das hier alles angezeigt? Das will ich alles gar nicht sehen, tatsächlich. Und, äh, deswegen einfach alles ausblenden und dann, ja, hier kann man sich halt nur das anzeigen lassen, was man wirklich will. Einfach abhaken und dann ist gut. Alternativ gibt es noch mehr Optionen in, äh, ja, generell hier, ne, ESC Interface Addons. Hier gibt es auch immer viele Addon Funktionen, aber nicht bei allen Addons. Bei manchen Addons, wie zum Beispiel Big Wix, müsst ihr wirklich Slash BW in den Chat schreiben, damit ihr in die Optionen reinkommt. Aber Deja Character Status zum Beispiel hier. Und hier seht ihr auch nochmal, könnt ihr auch nochmal ein bisschen was einstellen. Ist alles ganz nice und ist viel übersichtlicher als das Stahlmäßige. Ich hab jetzt auch viele Addons genannt, die ich gar nicht mehr benutze. War eigentlich ein bisschen lost, hätte vielleicht nur die machen sollen, die ich benutze. Aber jetzt habt ihr mal wirklich ein ausführliches Addon Video. Ein bisschen lang geworden, ist nicht optimal, sorry dafür. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen, wenn ich dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.